Hallo Leute, ihr wisst da jetzt wieder am Start mit ein paar Gästen, mit Pada, Mushroom und dem Simon. Hallöchen! Hallöchen! Wir zocken heute der DBD und ich bin der neue Killer, Leatherface, auch bekannt als der Kannibale von Texas Chainsaw Massaker und die möchten gerne wissen was er so kann, deswegen spielen wir jetzt mit dem. War das ein Kannibale wirklich? Ja, das ist ein Kannibale gewesen. Zumindest heißt er auch hier im Spiel der Kannibale. Ja gut, es macht schon Sinn. Guck mal, der Kannibale. Aber das hat auch nix mit dem Killer zu tun, Arnold. Ja ja doch, bei uns schon. Weil ansonsten auf der neuen Map sind wir halt noch unterwegs, die ihr noch nicht kennt. Ja genau. Speisekammer. Ja genau. Namens, die Map, Speisekammer. Ja irgendwie so was grausame Speisekammer oder so. Also es passt gut zum Killer irgendwie. Es ist witzig, dass die Speisekammer sogar grausam sein kann. Ja, ey. Gebt dir vor dir so die Tür auf, dann rennt es hin und direkt vor dir schlägt sie wieder zu und dann lacht die Tür. Ne, da ist so verfaultes Essen drin, so haha, nix gescheites für dich. Wieder ohne Perks und so halt alles, ne? Ja. Ja. Genau. So. Ich hab nur noch Vergabe mit für Memento Mori, für die Leute, die das kennen bei DVD, für die letzte Person. Ja, ist okay. Und heute auch wieder auf meinem Channel. Oh, wieder bei Memento Games. Nach den letzten Aufnahmen, die ganz gut nicht verlaufen sind. Ach ja. Naja. Das war, ähm. Das hast du auch glaube ich nach der Aufnahme gesagt. Oh nein, ich glaube die Aufnahme ist kaputt. Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich erst einen Tag später, wo ich, als ich, äh, äh, schneiden und rendern wollte. Backwater-Sumpf. Also da bin ich mir gespannt, ob das jetzt wirklich so eine geile neue Map ist, du. Also ich finde die auf jeden Fall besser als Bill Rose. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Äh. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr weiterzulaufen. Ist die auch richtig mit, mit Sumpf, also mit Wasser? Nee, das nicht richtig. Jetzt komm, das wär jetzt noch mehr Ungerechtigkeit. Wie gesagt, das ist ein gestörter hier. Nein, ich sag euch, wenn ich zuschlage, drastet der Typ ja. Werdet ihr hören dann. Mann, hör ich schon um die Scheißkette, das Tonight. OOHH! Ha, fiss dich, Adi, Mann! Ja, du bist schon wieder direkt bei dir. Ja, da kommt er instant zu mir, Mann! Ja, ja, das ist ja normal. Ohohohoho! Entweder zu dir oder zu mir! Alter, der streicht ja echt brutal, Mann! Lass mich liegen, Mann! Soll ich liegen lassen? Soll ich liegen lassen? Mach was du willst. Ich nehme die erstmal. So, wo bist du? Komm ja. Es schaut ekelhaft aus mit seiner Menschenhaut-Maske. Hä, wo sind hier Haken? Hier gibt es keine Haken auf der Map. Oh mein Gott, du kommst safe frei, wenn du es weiter machst. Lauf zurück, F! Anni, mach dich doch wieder safe, sowieso schon wieder gleich noch ein bisschen down. Boah, Kacke, Mann. Bei mir war der Keller in der Nähe. Aber ich bin halt nicht da hingekommen in der Zeit. Weil ich zu viel geswuggelt bin. Du Limmel! Lauf, 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 lauf! Ich lauf, Junge! Lizardface will dich! Er ist schon wieder hinter mir, oder was? Hau ab, Mann! Oh, ich bin hingeblieben. Hi! Was, so schnell! Und ich hoffe, du machst einen Generator in der Zeit? Ja, klar. Zwei. Alter, wie schnell er ist. Lasst euch einfach Zeit, ihr müsst keine Gens machen. Ich geb euch sowieso, oder wie? Einfach Zeit lassen. Mit beiden Händen! Bitte schön, doch Headbang. Ah, Scheiße! Ich hab... Alter! Aber wie der rumschreit, ne, wenn der mit der See hinter dir ist. Ey, das ist fürchterlich. Ich hab da so'n scheiß Perk drin. Oh, Mann, ey. Richtig gestört. Äh! Nach dir, Jen! Hallo! Ey! Au! Vater! Sicherheit! Was soll das, mein Freund? Simon, du solltest mich retten. Äh! Ja! Dein Gesicht sieht echt krank aus, muss man mal sagen. Ich hab außerdem nen Perk drin, Leute. Das war die falsche Seite! Das war die falsche Seite! Es ist nicht, dass irgendwie was bringt. Autsch! Beim letzten Schlag. Mach der mehrere Schläge nacheinander? Kannst uns mal was ein bisschen erzählen, Adi? So? Kannst du mal Maschuh unterholen? Ja, ich muss den nur noch finden. Den siehst du. Der hängt am Haken. Ja, auch. Genau, die Aura. Jetzt erklärt sich's, warum ich... Jetzt erklärt sich. Oh Gott. Sehr gut, Simon, ja. So, wo ist's? Und wir sind... Oh! Da ist Pader. Jetzt hat sich mein... Jetzt hat sich mein Spiel maximiert. Ich dachte jetzt gerade, jetzt hat sich mein Spiel aufgehangen, sagt er. Nicht schon wieder, Pader, Mann. Äh! Es wär... Es wär... Es wär nicht... Fuck! Ich muss kämpfen. Das ist schlecht. Äh, das schaffe ich auch nicht. Da ist der Haken. So. Bitte schön. Sorry. Äh. Komm, einfach nochmal für dich aus. Mach, 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 mach. Was? Heimig. Er ist doch direkt hier. Ja. Ich hab bei Andi im Stream gesehen, er hat gesagt, die Leute regen ihn auf, die sich nicht sofort halten. Was, was, was? Du hast im Stream erzählt, die Leute sollten sich sofort teilen, nachdem sie vom Haken gekommen sind. Ja, genau. Wenn die Situation das ergibt, auf jeden Fall, dann definitiv. Leute, ihr müsst mich auch mal versuchen, hier ein bisschen zu kitzeln hier, ne? Ich versuch's. Mhm. 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 Wie hat er direkt da hinten sein? Okay, ja. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie hat er da hinten da hinten? Ja. 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 Ani, man fiss dich, Mann. Das kann doch nicht. Ja, ja. Moment. Du weißt. Verzieh dich einfach. Lauf mir dann gleich hinterher. Lauf mir gleich hinterher. Ja, 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 komm. Hallo. Das kann doch nicht sein, Alter. Ja. Komm her, du Lübel. Nein. Wieso? Jeder normales Spiel, er würde weggehen, Mann. Er kommt hinten dran. Ey, wir sind ja mehr am Leute runterholen, als überhaupt irgendwas anderes zu machen. Ja, scheiße. Erwart'n wir mal. Okay, komm. Ich bin sofort tot. Lass dich wiegen. Tot, nett. Ja, ich will. Ich bin sofort tot, wenn ich, äh, ab und zu auf teiligen sind. Deswegen bin ich nett und lass dich wiegen. Jo. Außer du willst hängen, dann hänge ich. Sonst. Ja, du sollst nicht, du sollst nicht nett spielen, ne? Ey, darf ich nicht nett sein ab und zu, oder was? Doch, doch. Darf der Killer nicht nett sein? Ab und zu schon. Bin erstmal ne fette Sackgasse gelogen. Mhm. 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 Wo seid ihr, ihr Idioten? Schweine. Haha. Wenigstens ein Gen haben wir hingekriegt, das ist schon ein Erfolg. Äh. Einer war auch schon fast fertig hier. Ja, meiner. Haha. Aber da kam mir ein kleiner Ari im Po. Ja, ich muss aufpassen und vielleicht willst du den weitermachen. Ich hoffe nicht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Der Simon hatte noch keinen Spaß mit meiner Kettensäge. Wo bist du? Zeig nicht mal. Warst du Kettensägen? Neues Serie? Komm, komm raus aus deinem Mäuseloch. Mhm. Mhm. T-t-t-t. Hat das mir aufgefallen, ist immer so ruhig, wenn der Killer in der Nähe ist? Das ist so. Das ist so, ja? Ich bin generell von sehr ruhiger Natur. Ja, ja, genau. Ach, hier ist... Warte mal. Das hat man ja bei Freitag der 13. gesehen. Als Adi zu langsam auf dem Fenster gekrochen ist. Ich? Ach so. Weil du da ausgerechnet bist. Wurde Adi erstmal voll angeschrien von Pader. Ja. Also ich fand auch lustig, in der letzten Folge hier, wo... Was ist dein Ernst? Wo ich auf dem Fenster gestrungen bin? Ähm, ne von DVD, wo Schreckball dann Killer war. Und man sieht die richtig an Gesicht an, wie fokuss sie ist. Lauf weiter geradeaus. Der, der grad da läuft. Hä? Gibst du hier Zipzer? Nein, ich... Ja. Ja, genau du. Genau du. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wie scheiß drauf? Bin ich in der Nähe oder was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Du Teufel. Du Teufel, Alter. Hallo? Fisch dich mal! Da haben wir euch mal liegen. Hauptsache du liegst ja schon ne halbe Stunde. Warte mal, hier eins, zwei, geh mal dahin. Der weiß ganz genau, wo er suchen muss, gell? Dieser Teufel, Mann. Dieser Teufel. Nee. Ach, hier sind Spuren. Wer rennt denn hier? Dimon? Mann. Nein. Niemals. Ich war grad Spuren. So ein Teufel, Alter. Wo bist du? Komm und zeig dich. Devil himself. Nee, nee. Lass mal lieber. Mann, ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Wollt mich ärgern, ihr Schweine. Ihr seid gemein. Wir brauchen noch zwei fucking Generatoren. Reden. Ja. The rest. Nur noch zwei, sagst du? Deru. Deru. Der Typ ist, läuft hier überall rum. Der Typ ist, ey, er läuft hier überall rum. Das kann man so voll, als ob er überall wär. Ja. Genau. Ich glaub, er hat nen Hack an. Dauerhaft. Herzschlag. Der everywhere. Der everywhere-hack, Mann. Der everywhere-hack. Es laufen so fünf Addis auf der Map. Auch als EH abgekürzt. Als was? Und ich hab fünf Monitore und kann jeden einen steuerweise. Ja. Ja, Mann. EA. Wahrscheinlich ESLGBD. Der EA-hack. Der EA-hack. Die können das ja angeblich mal machen, ne? Die haben gesagt, die wollen einen DVD ESL-Reif irgendwann bringen. Jo. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ja, haben die gesagt. Wie soll das denn möglich sein? Haben die echt mal gesagt? Ja, da müssen sie noch, äh, da müssen sie noch, äh, einiges ändern. AK-47 Teams mit reinbringen. Ja, wahrscheinlich. Sonst, das macht keinen Spaß. Ach, Simon, endlich sehen wir dich. Ach, schade. Guck mal mit an, sag. Guck mal, du. Ja, sag Kacke. Ich hab gehört, wenn du, äh, stehen bleibst, dann lächst du deine Ausdauer auf. Voll. Das ist ja eine Scheißstelle. Die sind immer diese Billig-Gags. Die sind dricks. Die sind Freitag der 13. Du hast ja auch Ausdauer. Oh, nein. Sag mal, Arnold. Sag mal, wie lange spielst du das Spiel eigentlich so, dass du so blöd bist, dass wenn ich auf dich zulaufe und ich sehe als rote Figur zu sagen, komm, lauf auch grad aus, lauf grad aus. Ach so. Genau die Richtung. Ja, so lange spielt das Spiel, Arnold. Ja, ja, sorry, sorry. Ja, aber ich hab ja keine Perks dabei, Simon. Ja, der, äh, Killer sieht mich ja nicht. Er weiß ja nicht, wo ich liege. Genau. Ich hab keine Perks dabei. Es gibt einen Perk, da kann man die Leute sehen. Ja, aber er weiß ja ungefähr, so gut wie er in dem Spiel ist, weiß er ja ungefähr, wo er dich abgelegt hat. Ja, ich bin weggeklopft. Ja, aber er bewegt sich ja auch. Oder er kann einfach irgendwie rumkriechen. Das schon. Aber trotzdem halt zu sagen, ja komm, lauf grad aus weiter, das lädt dich ja grad zu einem. Gewissermaßen, das stimmt schon, ja, ja. Äh, wer ist hier oben? Hallo? Fick dich, Anni, Mann! Das kann doch nicht. Was genau? Seine Arme lauf ich auch noch. Falsche Seite. Zieh dich wahrscheinlich doch. Ich war scheinbar. Das ist echt ein Drecksack. Das kann nicht passen. Nicht schon wieder. Jo, ich komm mit. Die Palette ist wieder auf der falschen Seite runtergefallen. Oh, Mann. Fick geil. Genau zu mir in meine Arme, mein Freund. Richtig geil. Häng mich doch mal auf jetzt. So, Mare, ich bin nett jetzt, komm. Ich hau ab, Junge. So. Komm schon, hau ab, Arno, du schaffst es. Die Haken sind wieder so weit weg hier. Ah, ne, oder? Ich wicke mich frei, Junge. Ich weiß nicht, dass ich schaffe. Ah, hier ist der Keller. Nein, nicht in den Keller, Mann. Oh, go, go. Okay, haben wir. Ja, fuck. Da machst du nix, ey. Kommt, Jungs. Warte mal, wie komm ich wieder raus? Der Keller ist aus der Kasse, kommst du mir raus. One way. Ich komm nicht weiter. Bist du da und Maschu? Ich bin da und Jan. Jetzt ja. Oh, nee. Hm. Wollst du retten, Padda? Warst du Nanny, ey? Nö. 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 Moin. Moin. Will ich niemals drauf kommen? Ah. Ah, nein, Spaß. Mal antreten. Wann erscheint die Luke jetzt? Ist sie schon da oder noch nicht? Nö. 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 Ich hab den Gen Cup gut, hab genug Zeit und ich weiß ganz genau, was du dahinter sitzt. Ah. Was? Hab dich gesehen. Fuck you. Das musst du früher sagen, damit ich zu ihn schalten kann. Oh, nö. Du sieg erst mal schön in Ruhe, Zeit hab. Hier gibt's überhaupt keine Dinger, wo man ihn hier umwerfen kann. Ja, ne? Gibt's kaum irgendwas. Ah, fuck you. Alter. Also, der Hillbilly rennt ja geradeaus weg und der macht dann den hier, oder was? Ja, der schlägt halt geradeaus zu. Wenn ich jetzt laufe, dann läuft der halt so. Ah, okay. Ich bin weg. So. Äh, was? Was? Was ist das denn gerade? Warte, ich vergriech mich in den Baumstumpf. Im Baumstumpf? Nein! Aber ich mein, du bist ja auch noch nicht tot. Ich mein, du bist ja auch noch. Oh, es könnte klapp werden, aber. Äh, ich kann das nicht mit dem Wiggen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Jetzt mach doch mal. Ich kann das nicht. Es geht doch gar nicht. Ja, was denn? Ich hab nicht so, äh, atrisis Hände wie du. Atrisis Hände. Ich muss kämpfen. Wunder. Ist klar. Arnold hat Bizeps an den Fingern wahrscheinlich. Alter. Ja. Ach, hier war irgendwo der Simon. Hier ist ja genau Arthur an. So, so. Oder ist der ja noch hier? Ah, ich kämpfe ja so gerne. Was bist du denn? Sherlock, kommst du? Lass du mich zeigen, Simon. Ich mach das echt gerne. Hm. Ja. Ja. Hehehe. Ja, eiskalt. Hehehe. Alter, bleib weg doch einfach. Hehehe. Ach je. Schade. Uh. Tut mir leid, ich will zuschauen. Ja, Patrick, du musst dich selber befreien. Äh, ja, was ist denn mit, äh, willst du nicht retten oder was? Es geht sterben, dein Mate. Das ist der Unterschied zwischen Können und Wollen. Lieber, wenn du dich nicht gleich beeinst, bin ich tot. Was der Unterschied ist, du könntest, wenn du dich anstrengen würdest, aber... Keine Wiss. Ooooooh, das wird nix. Das wird mega knapp. Alter, Alter. Oh, Sekunde. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hä? Könnte das, äh... Da ist, da ist gerade so ein Bug. Der wird 50-50 Chance. Ich weiß noch wo der Haken war. Das ist ein Grafik-Bug bei Pada. Seid ihr jetzt rechts oder links gelaufen? Ah, das sieht man. Okay. Oh, hier sind Spuren. Oh, hier sind Spuren. Komm her. Du schlägst doch sogar, du kriegst nicht. Pada, laufen. Was? Boah, Alter. Nein, ich kann dich nicht im Stich lassen, Simon. Das ist doch ein Witz, weißt du nicht, Pada ist geräumt, der Drecksack. Ja, ja, Pada ist immer geräumt. Pada ist geräumt, der Drecksack. Ach, guck mal. Ja, jetzt bin ich mit der Schulter oder was? Ja, ich bin extra ziemlich schnell geschlichen. Aber ich hab nicht vergedacht, dass... Komm, dann lass ich dich fliegen. Bin ich nett. Dass du ja derjenige, bis der rumrennt. Ah, dann hätte ich... Na, scheiße, ja. Und Pada hinterlässt dir auch Spuren mit dem Blut. Was gut ist, wenn ich mir das gesagt hab, dann muss der ja irgendwo hier in der Nähe sein. Nee. Pada ist ja so jemand, der wartet an dich, bis er geheilt wird am Haken. Pick dich, Alter. Ich wollte mit... Ich wollte mit... Ich wollte mit... Wieso am Haken geheilt, würde mir das nicht verschwachsen. Du musst doch warten, bis du geheilt wirst, nachdem du abgehängt wurden. Aber noch nicht... Aber noch nicht direkt vorm Haken. Doch, Adi sagt immer direkt vorm Haken. Ist die beste Zeit. Ist die beste Zeit, Jum. Natürlich. Vor allem könnte man sich auch noch direkt wieder auftrennen. Ich müsste mich noch eine Weile zusammenbauen. Ich müsste mich noch eine Weile zusammenbauen. Hinterherren. Genau, genau. Und man hinterlässt keine Blutspur. Äh... Ja, genau. Weiß auch nicht. Oh je, was macht ihr jetzt? Pada, eingehen nach Pada musst du jetzt noch schaffen. Gute Frage. Aber ohne zu verkacken. Hm. Wo ist denn der Simon? Ich weiß gar nicht, hab ich dich schon mal aufgehangen, Simon? Einmal, glaube ich, ne? Nein. Sicher? Doch. Doch, doch. Pada hat mich einmal gerettet. Ja, einmal, einmal. Einmal, ne? Okay, dann wärst du noch nicht tot, wenn ich dich auch... Wer hat dich gerettet? Kannst du noch mal reinverzahlen? Wer hat dich für die letzte Sekunde gerettet, um dann von dir verraten zu werden? Oh, geil. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Kacke. Vielleicht auch Antäuschung. Wer weiß. Ne, weiß ich echt nicht mehr. Alles ne Finte. Hm. Abo, guck mal. Wo ist Pada? Die Frage geschehen. Na ja, dann machst du nichts mehr. Ach guck mal. Er macht dir einfach Jens weiter, der Limmel. Er versteckt sich beim Jens. Hehehe. 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 Gut, ich komme. Ja. Ich komme auch. Ich komme auch. Ich würde sagen, du machst diesen Finisher bei Pada. Oder beim Simon. Muss erstmal gucken, wo ist er denn, der Simon? Der Gute. Was? Aber wenn er jetzt vorher verblutet, ich kann das nur bei der letzten Person machen, die auf dem Boden liegt. Hm. Wir wissen das nicht. Schade, die Luke ist auch noch nicht gespawnt, also wird sie sich auch nicht öffnen, Mann. Mann. Außer wenn jetzt, äh, Simon sterben würde. Dann wird sie sich öffnen. Dann wird sie sich öffnen. Ah, guck mal. Weil zwei, die uns gemacht worden sind, dann ja. Sag mal, wer hat eigentlich alles Generatoron geschafft? Du hast einen geschafft, Pada, oder? Ich habe keinen geschafft, der hat mich sofort gehabt. Ah, anders war's. Ich habe einen geschafft. Er hat mich sofort gehabt. Aber ohne mich hätte die niemals eure geschafft. Ja, ja, klar. Ich habe ihn gut abgelenkt. Ja. Ich habe euch so viel Zeit verschafft. Du siehst doch wieder Simon, die. Los ich dann mal zu jedem hin. Ach, ich weiß, wo er ist. Jetzt weiß ich. Wie weißt du das? Weil er sich nicht bewegt und Raben über seinen Kopf kommt. Oh, lol. Die wechseln. Ist das so? Simon. Wieso? Ist das so, ja? Wenn man sich nicht bewegt, dann kommt Raben über die Zeit über den Kopf. Das ist doch ein Witz. Und die machen dann die ganze Zeit Puff, Puff, Puff. Ja, ja. Ich habe gedacht, auch gut, die Legen setzen sich jetzt hin. Ist doppelt safe. Weil natürlich dann, ähm. Ja, Simon. Gib auf. Nein, Simon gib nicht auf. Nein, Simon gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich hole dich da noch runter. Haha, ich hole dich da noch runter. Oh, jetzt hast du auch gegeben, du Pisser. Ja, ich will lieber sehen, wie du abgeschlagen hast. Warte doch kurz, bitte warte doch kurz. Ich sehe es noch. Ich werde dich da noch runter geholt. Pate, die Luke ist da. Ach ne, wirklich? Komm. Und ich stehe direkt bei der Luke. Pate, Adi, gell? Der ist so assi. Ja, die haben direkt vor mir gesprochen. Ein richtiger Teufel. Ich bin gerade direkt vor mir gesprochen. Ja, genau. Ja, klar. Wo du etwa bist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ja, aber du verblutest gleich, Pate. Ja, deswegen, ja. Ja, er ist an einer Hütte in der Nähe. Eigentlich, das ist so eine Ahnung. Bei dem einen Generator, der geschafft wurde. Ja, bei der Hütte. Der bei der einen Hütte, wo der Generator oben war. Da, wo Bude gerade gehängt wurde. Ja, wie weit dahin. Oh mein Gott, ist so knapp. Und wo genau auch? Ja, du bist in der Nähe. Ja, du bist in der Nähe. Ja, du bist in der Nähe. Seht ihr mich? Geh zu der Hütte, wo du hochgehen kannst. Zum Generator. Bist du oben? Nein, ich bin direkt, wo du hochgehen kannst. An der Stelle. Komm, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Er ist vielleicht tot. Adi! Was denn? Ich laufe doch. Es ist wieder stiller. Wo? Immer noch ein Herzschlag. Ah, hier, ah, hier. Ne, wo ist der? Wie ist der da? Lauf an der Hütte entlang. Das wird nix mehr. Das wird nix mehr. Das wird nix mehr. Mach's gut, liebe Welt. Ich erhole mich noch. Wie, Paare? Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ich hab nichts zu sehen. Das war vielleicht ne zweite Hütte, oder? Mensch, Adi, was kannst du eigentlich? Ach, wahrscheinlich die, ach, wahrscheinlich die, die große da, ne? Ne, das wissen wir doch nicht. Ach so, ja, okay. Ja, ich dachte ne andere, ja, okay, gut. Erstmal Arnold, äh, äh. Grobe und Fuke. Ja, ja. Ey, Arnold hat nen Perk drin gehabt, die Sackgratte. Hab ich gesagt, aber nur so, okay, ja. Ach so, Punkte Perk, der bringt ja nix. Ist ja. Ja gut. Paare, gemeldet? Sehr gut. Auf ne zweite Runde? Online, ne? Wenn es klappt halt. Also, Leute, bis gleich, ne zweiten Runde. Ja, bis gleich. Und da sind wir wieder auf Behandlungsbereich. Wieder der ganze Trupp hier. Paare, Mushroom und Simon. Let's go. Yes. So. Yes, so. Mein Map ich wollte. Aber diesmal online, äh, zusammen. Gegen einen Killer. Ja. Das heißt, wir können uns jetzt auch endlich mal Tipps geben. Ich hab schon nen Herzschlag. Ach, schon nen Herzschlag. Aber seh ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich find, ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, die Map hier mit am geilsten. Oh. Hallo. Sind wir schon zu dritt? Hey, hi. Hallo. Ich hab noch was gefunden. Es geht n. Oh. Herzschlag bei mir. Ja. Nicht nur bei dir. Oh Gott, ich geh weg. Geh weg. Ich geh in die Dusche. Ich geh in die Dusche. Ja. Nachfahren im Urlaub. Hier drin ist ein Generator. Komm, wir machen den. Jo. Nice. Wo ist der dritte hin? Ah, da ist einer. Warte, ich komm zurück. Ich dachte, da wär keiner. Er hat's doch gerade gesagt. Ja. Ich hab mich zugehört. Wunderwunderwunderwunderwunderwunder. Du musst besser aufpassen. Habt ihr einen von euch? Wie bitte? Ist der Killer bei einem von euch? No. Nee, wir sind alle drei zusammen mit einem. Der ist bei mir. Mach Jens. Der ist bei mir. Ja. Ja. Ja, der ist bei mir. Sag mal, Alter. Der geht gerade in den Keller runter bei mir in der Nähe. Ja, großartiger. Sehr geil, Jungs. Versuch zusammen zu bleiben und versuch noch den Jens zu finden. Okay, wo seid ihr jetzt lang gelaufen? Ich lauf parallel zu dir in dem anderen Raum. Ich seh ihn immer noch bei mir. Ähm, kann er den eigentlich auch kaputt machen, wenn er komplett repariert ist? Nein. Nee, dann nicht. Okay. Okay. Okay, Jungs. Ich hab euch verloren. Pass auf. Der könnte zu euch kommen eventuell. Ich bin ein Hinterpader. Einfach den großen Gang entlang, Leute. Am Fenster entlang sind wir gelaufen. Boah. Ich hab ihn gerade gesehen. Ich hab ihn gerade gesehen, wie er vorbeigerannt ist. Okay. Hier ist der Nächste. Oh. Versteck dich. Versteck dich. Versteck dich. Er kommt in eure Nähe, gell? Denk ich. Oh, scheiße. Oh, er ist im anderen Raum. Genau im Parallelraum. Ja, ich hab mich richtig mies versteckt. Okay. Komm wieder zurück, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Moment. Versteck mich. Er haut ab. Boah. Man hört die Kettensäge immer über den ganzen, über die ganze Map. Ah, Adi da. Als, als, genau. Anfänger kann ich mir empfehlen, Simon, wenn du Herrscher hörst, versteck dich immer. Gut. Er kommt. Ja. Ich glaub, der kommt von hier links, glaub ich, oder? Ne, ne. Alter so, Simon. Dass du dich traust, dass du dich traust, die ganze Zeit so langsam zu laufen, ey. Ich lauf genauso schnell wie du, das ist ein Perk. Achso. Guck, cool, lauf du mal geduckt und ich, guck mal wie schnell ich laufe und du. Ja, ja, deswegen. Glaub genau so schnell wie du, Nuke duckt. Wieso? Das ist ein Perk. Hast du hundertprozentig. Das ist ein Perk. Das ist ein Perk. Das ist ein Perk. Oh nein. Oh Mann. Hundesitz auf. Äh, da kommt der, habt ihr verkackt? Dann kommt der zu. Ja, ja. Geh doch runter. Vorsicht, vorsicht. Nein, noch nicht. Ja, mach, mach, mach. Geh mal weiter, mal weiter, mal weiter. Erst bei denen, erst bei denen, erst bei denen. Scheiße, Mann. Ich mach mal, ich geh mal kurz weg. Ja, ich geh mal. Alter, das heißt, dass du mich erwischt, Alter. Ja, aber er glaub ich. Er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir, perfekt. Alles klar, ich hab ab. Hundesitz bleibt bei mir, ne? Ja, ja, ich bin bei dir. Der ist hinter mir, der ist hinter mir, alles gut. Ja. Ich such mal die anderen beiden. Wie ist der nächste? Wir sind in diesem ganz großen Raum, der ist hinter mir, der Typ. Wir sind genau in der Mitte. Alles klar in der Mitte. Genau in der Mitte. Ja. Hab mich verloren, hab mich verloren. Passt du auf? Ja, ich hab, ich hör seinen Herzschlag noch. Ja, aber der hat mich verloren. Vorerst. Oh, Bunte! Da kam direkt nur einer hinterher nach dem ersten Daumen, damit hab ich nicht gerechnet. Komm mit nach oben. Wusste nicht, dass die direkt hintereinander kommen können, wie gemeint. Okay, Adi, wo? Ja, der ist, der ist noch in der Nähe. Okay, komm. Ich lenke ihn weg. Ich hau ihn, lenke ihn ab. Ja. Ah, da seid ihr, äh. Einer kommt, einer kommt nach rechts. Ja, ich halte dich. Hada macht das besser mit den Generatoren. Wo bist du? Grad die Treppe rechts. Grad die Treppe? Ah, ja. Glaub stehen. Uh. Weit zu gut. Und dann gehen wir beide mal kurz nach vorne. Ah, er hat mich. Verdammt, er hat mich. Okay. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du. Hab ich gegrabt? Ne, ich bin am Haken. Ich bin am Haken. Okay, ich komm zu dir. Ah, verdammt. Ah, da hinten. Oh, der ist ziemlich nah der Haken. Hmm, dumm gehandelt. Das heißt, er kommt hierher dann. Äh, mach Jens. Moment, aktuell kennt der. Mach Jens, der macht Facecamp aktuell. Echt? Ja, er läuft jetzt weg, jetzt geht er weg, jetzt geht er weg, jetzt geht er weg. Ne, der ist immer noch hier, der ist immer noch hier. Ja, ja. Der gammelt eklig. Dann, wir lenken ihn, wir lenken ihn mal ab, zwei Stück. Da kommt der, der kommt. Wo denn? Da. Ah, ist er blöd von mir. Wo ist er hin? Er ist immer noch, ja. Ja, er ist immer noch da, ja, ja. Ja, er ist purer Gammler. Sollen wir vielleicht mal einen Skillcheck versauen, dass er kommt? Mach mal. Ich glaub, so wie der gammelt, ist schwer. Wenn du es schaffst, mich vom Haken zu holen, aber... Ah, er ist noch bei mir. Mann, ich komm nicht hin. Ja, ich weiß. Komm mal einer her zu mir. Lass ihn fix fertig machen. Ah, ich bin schon mal in lauer Stellung. Ich bin schon, ich bin schon längst bei ihm. Ich bin schon längst bei ihm. Ich sprinte durch, wenn du einen Schlag bekommst, ruhe mich dann ab. Dann liegst du zwar auf dem Boden, aber ich lauf dann weg. Wenn er dich dann nimmt, dann komm ich wieder. Und sterbe ich gleich. Okay. Versuch einfach. Weil so bringt das sonst nix. Wenn er dich schlägt, dann hängt er. Fuck, komm her, komm her. Okay, pass auf, zu dir geht's. Mach ich aus, mach ich aus. Jetzt komm, rück auf. Jetzt komm, rück auf. Komm, 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 komm. Nein, weg hier. Lauf, 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 lauf. Ich flog dich, ich flog dich. Alles gut. Lauf, 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 lauf. Wer ist down? Ich bin down. Jetzt hat der Arnold erwischt. Egal, Andi, geh weg. Du bist tot, wenn du hängst. Die anderen beiden sind schon da. Okay. Okay. Ich bin schon da, ja, ja. Er läuft, er läuft Richtung Adi, er läuft Richtung Adi. Einer, schnell her. Ja, ja. Ich komme. Komm, ich bin da, ich bin da. Okay, mach. Heimlich schnell, heimlich schnell. Er ist bei mir. Heimlich schnell. Er ist bei mir, Leute. Okay. Ja, 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 sehr gut. Lauf, lauf. Ich spring über jedes Fenster, was geht. Nicht in die Richtung Pader, was machst du? Oh, sorry, aber soll ich denn lang laufen? Simon, lass es! Oh, nein, nein. Wieso? Ich war links von dir und dann kratzt du mich. Sorry. Wenn wir beide durchs selbe Fenster wollen. Oh, Mann, ey. Du Bepader, Alter. Ja, wieso, ey? Fick doch nicht. Er läuft direkt an uns vorbei. Ja, aber du wirst echt wissen, dass ihr da seid. Ja, weil du auch gleich von da gekommen bist? Habt ihr irgendwie besser, um die Maschine runterzuholen? Habt ihr ja, habt ihr. Scheiße. Was macht der denn? Simon, Alter, ganz ehrlich. Der glockt ja nicht immer. Wo soll ich denn bitte schon hin? Geh, harte aus! Ich hatte nicht mit einem Hit down. Oh, gut. Du bist so tot, Arnold, ne? Ich bin tot jetzt, ja. Ja, stimmt. Danke, Simon. Ja, auf jeden Fall danke, eh, eh, Ehren, Mann, der Arnold. Ja, guck. Danke dir für deinen Lebensretour. Für dieses Opfer, Mann. Ja. Schade, Mann. Ah, da machst du nix, ey. Mit solchen Freunden, ey. Hör doch nirgendwo. Halbfertigen Generator, du. Ach, da bist du. Hi. Wer war's? Jo. Was schafft ihr? Gar kein Problem. Ich hab ein bisschen Lappen. Fang irgendwo. Er kommt. Ja, ja. Er ist bei mir. Okay, okay. Jetzt schnell zurück. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Da. Warst du? So. Ah, soweit so gut. Hm. Alter, wo ist der? Okay, jetzt geht er wahrscheinlich so zum Jen. Ja, oder? Bei mir ist still. Ich bin direkt bei Jen. Oh, shit, er ist bei mir. Ganz laufender? Oder war die Block fertig? Er hat mich, er hat mich eingebloggt. Ja, wenn er nicht versuchst, sich zu retten, bin er nicht gebrabt. Ich bin gebrabt. Ah, was? Das ist so richtige Rangsverbindung, ja. Ja, ich bin wieder direkt am Raken. Fuck. Richtig. Ich drück auf. Mach einfach weiter. Ja, mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Probier mal, ob ich flüchten kann. Nee, lass. Komm, einen will ich probieren. Ja, der ist bei mir. Mach du den Jen weiter. Wie viel hast du, Simon? Wie viel Prozent? Äh, 40 Prozent. Okay. Ich gehe gleich retten. Ah, das ist eine Camper-Sau. Ja, ist richtig. Ich komme noch. Er läuft einfach nur so im Kreis rund. Halscamping, ey. Oh, man. Da ist er. Man muss ihn irgendwie ablenken. Keine Ahnung. Nee. Boah, die Verbindung ist auch ekelhaft. Fuck, er kommt's. Ich muss versuchen. Ah, bringt nix, bringt nix. Ah, die Verbindung, Alter. Was war das denn, Hans? Was war das denn? Die Verbindung ist richtig ekelhaft. Das ist ein Hanskiller. Ja, das kann man ja weiter, ja. Sieh, man mach einfach das Ding und dann ist gut. Ich blockiere die Gammelverbindung. Ich blockiere den Haken für dich, Mann. Er ist so ein Idiot, ey. Er ist so ein Tortel, ey. Er ist so ein Tortel, ey. Die Verbindung ist richtig widerlich. Schön. Simon, ach dir auf die Ausgänge. Die wirst du gleich sehen, kurz. Da ist einer und dort ist einer. Geh zum Ausgang, genau. Mach direkt auf. Renn, renn direkt hin. Er ist bei uns. Er bleibt bei uns. Er bleibt bei uns. Geh hin, mach das Ding auf und raus mit dir. Genau. Okay. Kann er euch noch holen? Nein, 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 nein. Erstmal gammelt der und die Verbindung ist richtig ekelhaft. Drücke auf eine Taste, drei Sekunden später wird die Aktion durchgeführt, ja. Fallete aktivieren oder so. Okay, Pater ist jetzt weg. Jetzt hängt er dich wahrscheinlich an den Haken. Ja, ja, ja. Wenn er es schafft, wenn er es schafft. Tür hast du aufgemacht? Eine Tür ist jetzt auf. Ja, kannst du rausgehen. Geh raus. Also bin tot. Ah, fuck. Adi hängt da raus. Also ist immer raus mit dir. Ekelhafte Verbindungen. Was war das denn für ein Assi-Spieler, Mann? Das ist eine spannende Runde. Ja. Hätte er nicht gecampt? Ja, gecampt und die Verbindung. Ekelhaft. Drücke auf eine Aktion, drei Sekunden später wird die ausgeführt. Wir werden scheiße. Erstmal. Und den Typen erstmal melden. Alles klar. Okay, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Jo, tschau. Tschüss. Here we go, könnte es sagen. Tschüss. fragmentieren.